hallo leute, willkommen zu Nordenburg in Minecraft 5 ich habe hier 3 Hunde das ist ja das ist Easy Lars und der kleine Julian Roman wenn er alles gebe ich ihnen mal ein Namensschild ich zeige euch jetzt mal die 100er D wo ich gebaut habe und zwar so groß hinten können die alten Schlagern da vorne Junior da schläft hier unten sind sogar extra Feuersteine und eigentlich wollte ich heute erst mal ein Experiment machen mit Lars oder wo bist du Lars? ja den kleinen Hund lassen wir mal lieber bei dem Experiment zurück genauso wie jetzt die alle gute Easy du musst auf dein Baby aufpassen auf den Roman und zwar hat jetzt der Lars und davon zu sehen wie sein Kind getauft wird wir machen hier eine Taufrube und auf Überleben taufen wir dann das Kind auf den Namen Roman ja ich spiel nicht extra auf Überleben weil da werde ich jetzt noch Sachen schweißen müssen von daher schon einfach mal zu Lars das ist kein Wort die alten guten Hunden wer ein Hund hat schreibt das doch mal in die Kommentare ist ja auch ein guter Plan oh immer noch sagen oh hallo Lars äh genau hier ist jetzt das Haus das ist jetzt mein eigenes Haus mit der österreichischen Flaggen es sind sogar mehrere da für die Hunde die Hunde haben hier drin nochmal ein und warte mal dann habe ich hier noch außen einen österreichischen Teppich und habe hier unten einen österreichischen Tischdecke was alles zum Leben gehört hier ist jetzt unser Name für Roman jetzt finde ich mich kurz dazu weissen lassen auf den Namen oh man ich finde der Name ist sehr schick und da gibt es eine Hundentaufe seht ihr könnt es sehen hm 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 genau weil jetzt keiner bedarf kann ja jetzt abonnieren oder du du machst du wirst er kommt mit und wenn ihr mich nicht mehr erwachsen dass ich jetzt einem da keine taufe machen lässt ich taufe im namen dieses neulings von iso und roman auf dem namen roma du kleiner ratz jetzt bringen wir dir mal den allen zurück ein lauf hat mir schon viel zeit gekostet also dafür nehme ich meine zeit auch gern eigentlich sage ich jetzt die hunde bleiben jetzt mal da drin jetzt alleine die kleine familie die hunde ist nämlich jetzt auch von da oben eigentlich wollte ich heute mal sagen dass mir jetzt diese ganze farm gehört ich habe sie jetzt ein von mein aber gestorben ist ja ich bin übrigens bauer jetzt gewonnen daher ist mein timer um für eine ganze woche urlaub das sind die freien tiere worum laufen dann habe ich einmal hier noch eine beschädigung gemacht dann lässt mir jetzt keine wahl hier mache ich mir jetzt mein offizielles konto lasse ich mich jetzt aktiviere ich hier noch hin ja er sind mir also bin immer rot rot ist man eigentlich brauche ich gar nichts außer außer dass ich hier schon mein konto habe und jetzt richten wir bei der bank mir ein konto ein für hunde habe ich mir überlegt und dann zeige ich euch einmal die farm die bahn gesetzt im netz weit hinweg nur wenn wir jetzt den hat big gone box resten nein wir arbeiten nicht da mir gehört schon des mcdonalds lasse die züge ich bin dafür für alles verantwortlich dann ist schon die bank dort ist jetzt pet shop wo man kann und kriegt rathaus auch der bahn platz bis gleich zu zweitem teil fahrrad